Hallof Was ist da los? Was ist da los? Ach egal Mein Köpft Der Kevin stand einfach davor War so ein schlechtes Intro Für alle die es nicht gesehen haben, der Film ist ja grad voll stylisch runtergefallen Minecraft-Adventure-Math Super-Challenge, yeah Wow Nein, scheiße Da deckt man den ersten Sprung verkackt, hey ho Hey ho, Silver Was ist denn los? Das ist doch schon wieder scheiße alles Können wir mal aufhören? Nein, warte stoppt, ihr müsst mir noch eure Sprünge geben Ich hab keinen Sprung gemacht Ich bin ja hochgesprungen Ach, Perna Ach, du auch Kevin Das machen wir jetzt alles während der Aufnahme, gebt mir mal schnell eure Sprünge Ja, äh, 9022 31 027 Ja 31 027 Alles klar Bei der Kevin hat weiß ich nicht, hab ich nicht verstanden Hab ich verstanden Das reicht Boah, nein, verdammt, nicht, nein Ach, stopp Uh, ach Mist Das ist Feuer Dieses Feuer Das Feuer Seh ich nicht So heiß Was haben wir denn jetzt eigentlich alles geschickt Was ist denn hier los mit den Tasten? Du musst den Tasten drücken Ich drücke die ganze Zeit irgendwie E und Q und der Charakter bewegt sich nicht Voll schön, voll der Bob Ja, so wie du Scheiße Ja, passt der dann zu mir Oh, zu kurz Ich wär so gerne Millionär Ja, ich auch Trotzdem wär das Scheißen ziemlich schwer Ja Wollen wir jetzt wirklich über deinen Schulgang reden, ja? Was du für Probleme auf Klo hast? Och, eigentlich ist er ganz fluffig Fluffig? Fluffig also, okay Gut, Themawechsel Ne, das find ich grad ganz angenehm Mit den Wahlhoden und so Was für ein Wahlhoden? Ey, nein Kevin, verpiss dich, was willst du hier? Geht mal aus eurem Scheiß hinter Was willst du denn jetzt? Warum haust du mich runter? Hab ich nicht Das Feuer hatte ich runtergehauen Hab ich ganz klein deutlich gesehen Ja, genau, genau Ja, ja Was ist denn das hier eigentlich? Jens, warum bist denn du Vanilla? Was bin ich? Warum bist denn du Steve? Du bist Steve bei mir Nix bin ich Doch Nein Nix ist er Was ist Steve bei mir? Wie bist du? Er gibt mir recht Ich bin nichts Ich bin ein Nichts So, geht's jetzt mal weiter da oben bei dir? Ja, ja Demnächst Es folgt eine Kurzwerbunterbrechung Nein Was ist das? Wie soll das funktionieren? Das muss man in Limejump machen, glaub ich Scheiß Feuer Tick Arsch Was haben wir denn jetzt eigentlich alles gecheatet gehabt? Das soll voll lange her Ich glaub den Block haben wir hier gecheatet Und den grünen haben wir gecheatet, ne? Ja, genau, genau Ja Nein, nein Uh, stopp Wie ist dein Termo da jetzt hingekommen? Sag mal, wie geht denn der Trick? It's the magic Wie geht denn das? Sag mal, ich weiß nicht wie das funktionieren soll Reiter Sandstorm Was ist mit dir los? Ja Weiß ich nicht Hat grad so gepasst Wir leben nicht in einem Musical, Alter Ja, das wär doch auch mal was Neues Nee Warum nicht? Guck Highschool Musical, dann hast du's Ich bin so gut Ich bin so gut Ich bin so gut Wie geht denn das? Wie macht denn ihr das? K-L-U-K Was? K-L-U-K Haben wir doch beim... Haben wir doch beim letzten Mal geklärt, dass du rechts an der Kante oder links an der Kante Ja, genau Ja, 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 ja Jetzt auf einmal, weißt du Ja, ja Das ist zu lange her Fickt euch doch einfach ins Knie Hateme fuckers, lol Ah, voll gegen die Kante Ich bin so gebobset halt hier einfach nur Alle beide Loop Loop Kick Nein! Krieg dich! Nein! Was jetzt? Ich bin runtergefallen beim letzten Sprung Ha! Was für die mal zu springen Sehr gut Och, Permo Achso Sorry Jetzt ist er wieder frustriert Nein, ich wollte eigentlich den da hauen Ja, ja Komm, stirb Ich wollte nur mal eine kurze... Nein Schnell weg, schnell Ah, nein Ich wollte nur schnell abbauen Oh mein Gott, voll gegen das Mikro gestoßen Boah, das sieht cool aus Das sieht cool aus, weil er auch das sieht Wer hat denn eigentlich den grünen Block dahin gesetzt? Der ist doch sowas von... Von lame Super ist der Der ist voll dumm Der ist cool, Mann Der ist cool, Mann Der ist cool, Mann Ich mag keine Grünen Das war kein politisches Statement Nicht? Wen wählst du? Gehst du wählen? Wie ich noch mal überlegen? Kevin? Achso Wir haben... Wir haben auch Wahlen Echt? Okay Ja, ich bin da von unten formiert Ja, ja Ja, aber ihr habt ja nicht Wahlen mit uns, oder? Nein Ihr habt die Wahlen vor uns, also Am 22 Meine ehemalige Heimat Ja Also das, was ihr... Das lebt etwas im Gegenteil Boah, Mann Das ist eine schöne Schuss Scheiß Hör doch Musical, siehst du? Er will Rot B publishers Und Durst Brau oder so Bring Licht Braun? Also das beat Brown sie immer halt Haha Kennt ihr die Mercedes West Ja, die ist super. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich glaube nicht, gell? Nee, ich kenn die nicht. Was, du kennst die nicht? Ich gucke kein Fernsehen. Nein, 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 das ist auf YouTube gewesen. Ja, das ist von der Ständengruppe aus Baden-Mürtemberg. Und die haben ein Video gedreht für die neue S-Klasse von Mercedes. Also man muss sagen, es hat nichts mit Mercedes zu tun. Nein, nein, Mercedes distanziert sich davon. Ja, ja. Ganz eindeutig. Das war halt einfach nur, weil es halt so gut gepasst hat zu Mercedes. Aber die haben damit nichts zu tun. Das war halt eine Mediengruppe war das gewesen. Also so eine Art Studienprojekt. Genau. Genau. Ah, okay. Ja, erklärt. Und, ja, Kevin. Erzähl du. Okay, also auf jeden Fall, du siehst halt da die S-Klasse. Schönes Waldgebiet, so ein bisschen durchrauschen. Halt so die Standardoptiken, sage ich mal, wenn man halt so Autowerbung hat. So Eleganz, blibblablub. Und parallel dazu, also in den Cutscenes siehst du halt immer so ein Dörfchen. Und alles auf alt getrimmt. Alte, also die Leute ist halt so, keine Ahnung was, wann ist das so 1910 irgendwann so die Ecke. Und auf jeden Fall siehst du da halt so die Kinder, also so ein Kind rumspielen. Ne, hau mich doch nicht runter. Du hast mich vorhin auch runtergekommen. Ja, komm, Bobby mich. Schwein. Zähl ich, das war, das war, das war ein Leck war das gewesen. War schon. Siehst du halt so ein Kind spielen, so eine Frau wäscht ab und so, halt mit ihrer Haube auf, wie es halt früher so üblich war. Und die S-Klasse cruist halt so rum, ja. Oh, verfickter Gurosprung. Ich reiste noch aus. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall fährt halt die S-Klasse, fährt halt voll in dieses Dorf rein, aber halt mit gut Tempo, ja. Und das Kind läuft auf die Straße und die S-Klasse brettert voll über das Kind drüber. Und dann siehst du nur Cutscenes, siehst die Frau, die erschreckend sich umdreht und schreit Adolf. Das ist ja falsch erzählt. Nein. Das ist ja falsch erzählt. Nein. Erst fährt die S-Klasse durch das Dorf und da ist eine Gruppe Kinder, die auf der Straße spielt und bei denen bremst sie S-Klasse automatisch ab. Gefahrenerkennung. Ja, von mir aus. Auf jeden Fall kommt danach noch das Logo, er kennt Gefahren, bevor sie entstehen. Eben, darum geht's ja. Das ist voll die Formante versaut. Und dann die Endszene ist halt der kleine Adi, wie er am Boden liegt, weil es sagen konnte. Und dann hat er sich auf Deutsch geformt. Oh Jungs, das wird gleich lustig da. Ach nee, das war ja nur der Kevin. Alter, wenn ich nur mal da hinkommen würde, wäre das ja eigentlich alles ziemlich lustig. Ach man ey, das ist schon wieder scheiße. Bist'n du Vanilla, das bricht mich an. Ich bin nicht Vanilla, ich bin immer noch Iron Man. Das, so kann ich nicht arbeiten. Nur weil ich Vanilla bin, loggst du aus, krass. Ja, aber das geht trotzdem nicht. Scheiße. Komm ich auf die Kackleiter da drauf. Oh Mann. Oh Mann. Ich ging ja auch schon wieder voll auf Halbwacht, gar voll unkonzentriert, voll nicht aufnahmefähig. Ach man kann ja gar nicht, man kann ja gar nicht über das Feuer springen. Nee, das hat, hat, Feuer hat auch ein Blockhöhe. Ja, muss ich zwei Blöcke hochspringen. Hoch. Oh, zwei Blöcke zu weit springen. Gibt's denn sonst noch so neusten in der Welt? Ey, was soll das? Ich hab in die Luft geschlagen. Du hast auch noch mehr geschlagen. Ach so. Ich hab hochgeguckt und geschlagen. Das sah voll so aus, als ob du zu mir schlägst. Ja Junge, ich hätte dich doch mal voll getroffen. Wir waren auf dem gleichen Block. Hättest du dich doch getroffen? Denk doch mal nach. Schau mal auf die Uhr, denk nach. Ja, was denn? Wir haben noch kurz vor zwölf. Ja, super. Das bringt mir jetzt aber nichts. Doch. Nein. Was war deine Rache? Junge. Junge. Alter, jetzt kommt die Iron Fist, glaub mir. Die geht dreckig auf den Sack. Ach so. Muss ich mich erstmal kriegen, ja. Da gibt's die Faust in den Sack, mein Freund. Da gibt's die Faust in den Sack. Ach so. Und, wer kennt das Lied? Wer kennt das Lied? Au. Niemand. Ja doch, Permo kennst. Aber der weiß bestimmt jetzt gar nicht woher. Ja. Ja. Ich rieche voll gerne zu. Oh, erstmal vollkommen gerade wieder hinsetzen. Oh, konzentriert hinsetzen vor allem. Muss ich ja sagen. Sitze, glaub ich, in der ersten Minecraft-Aufnahme gerade. Ja, aber sonst, du, du sitzt sowieso immer wie so, wie, wie so ein Egel, normalerweise. Patient, äh, fällt mir kein Wort zu ein. Da fällt mir echt nix zu ein, wie du da manchmal rumgammelst. Aber das Beste war einfach immer noch, na, von den Tötzen. Ähm, ja. Wo wir, wo ich Larmparty, also wo wir Larmparty bei dir hatten und, äh, ich hab gepennt und bin irgendwann aufgewacht und du lagst in deinem Stuhl, äh, beinah auf dem Rechner und hast dann da so gepennt mit dieser, mit dieser Decke. Das sah einfach nur zu gut aus, ey. Ach, ja. Ich war der Sabi, Stühle ist mein zweites Bett, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt, fick dich, Junge. Geh spazieren, ey, weißt du? Trollalarm. Trollalarm am Arsch. Trollololololol. Jetzt, nein, was ist, ich, ich, ich krieg's nicht hin. Ich komm nicht an diese Scheißleiter. Das ist mir nicht möglich. Oh, wo hast du den Bogen her? Jetzt pack den Scheißboden, Bogen weg. Pack den Scheißboden weg. Ich bin heute ein bisschen auf Trollen aus. Wo hast du den WoW-Kraß getrollt, oder was? Na, kein bisschen, ich hab getrollen. Ich kann zieren, Mann, Junge. Schwierst du, nein! Nein! Geh weg! Ja, jetzt hat er auch noch einen Bogen. Ja, genau. Geht einfach beide sterben, dann ist alles gut. Ich hab dich doch in Ruhe gelassen, jetzt. Ja, ja, aber ich mein halt, weil ihr auch jetzt mal, weil du auch einen Bogen landest. Dafür hab ich ein Bett. Ich hab die Community-Klatsche und ein Bett. Ich schau's so aus, tu mal die Challenge überspringen, der geht mir schon richtig. Derp's auf der Eiermann, wirklich. Ich komm einfach nur nicht da vorne, auch auf den Scheißleiter. Ach, Mann. Auf den Scheißleiter, weißt du? Laden. Auf die Scheißleiter hab ich gesagt, verdammt. Auf den Scheißleiter hast du gesagt. Ich hab auf die Scheißleiter, Junge. Den, den, den. Den Leiter. Community-Klatsche, schlägt zu. Das fände ich mir auch kommentieren. Und ich kommentiere. Und ich war freiwillig. Ja, Community-Klatsche. Revival. Remake. Bam. Genau, wo ich auf dem Boden aufgeklatscht bin, im Game-Mode angehabt. Daumen hoch. Abonnieren, favorisieren, kommentieren und teilen. Hätt ich mal, wär ich mal gestorben. Das ist ja voll der lange Weg nach oben. Ja, wir überspringen die Challenge. Wir haben ja schon wieder 16 Minuten. Ich war doch schon hinten. Wenn ich das schaff, schafft ihr das diesmal locker. Ja, dann mach ich jetzt aber. Oh, dann doch. Dann mach ich aber jetzt jeden Sprung. Dass ich nur jeden Sprung schaff, ich hab jetzt keinen Bock drauf, die ganze Zeit dem Feuer zu verregnen. Das wird zu doof. Wir überspringen das gleich. Also was heißt, nee, ich mein, ich mein hier die, diesen Leiter. Ja, jetzt schaff, jetzt schaff ich's, weißt du? Fick dich. Du musst bloß richtig stehen. Wo, wo, wo muss man denn da hin? Links. Links ist ne Leiter. Oh, fuck. Boah, ja eh nicht. Ist eigentlich ne Glaswelt? Also ne Glas-Challenge? Nee, ne? Ja, also hier meinst du? Ja. Nein, hier gibt's keine Glas-Challenge. Oh gut, dann haben wir uns ja selber eine gemacht. Ja, so ungefähr. Au. Oh, das war knapp. Uh, der war mutig, der Sprung. Hopp. Flucht. Ihr Schlange, kein Keppel mehr. Ach, da vorne ist der. Nein! Hey, Cheetah. Cheetah. Weg. Habt ihr von dem neuen, was war denn das? LG, Philips, Asus, keine Ahnung, Monitor, der Cheetah heißt, gehört. Ehrlich, was kann der? Der kann Bilder umzeigen. Boah, scheinbar muss ich mir gleich kaufen, Alter. Endlich keine schwarze Wadscheibe. Ja, ja, ja. Spiel wiedergeben in 144 Hertz. Was kann der?